Nächster tv überbrauch da rein da wo genau da wo dein Ohne ohne hinter ohne hinterzahl einer schwarze die essen vom spieler wieder an das juli zu meinen zu meinen skin ohne hinterzahl leider das schützt sich aus mann jetzt ist ein schnitt was ich bin bei 31 Das ist das Scheißding, ey. Robby, servus. Also das neue Update, Robby, das muss ich nicht sagen. Das ist schon Chakusel. Was? Warte, ich muss jetzt mal Farbe ausmachen. So. Ui, der Junge, der schwarze Hütter, der steht einfach mal breiter als der Türsteher. Alter, das schaut so komisch aus, Mann. Alter, das schaut so komisch aus. Da fehlt irgendwas, Alter, da kannst du mir nicht sagen. Da fehlt irgendwas. Ah. Aber der Rest. Hi. Ja, Robby, das Update ist schon hartgeil. Sechsel. Also ich feier das auch. Robby, jetzt haben sie es endlich mal hingebrungen, dass es auf der PS4 mit 60 FPS laufen läuft. Das hast du davor schon ausstellen, Kinder, äh, Juli, gell? Ja, aber Qualner hat das ausgewandertes Geld. Ja, maximale Bild-Frame-Racer, so an Mann, genau. Es ist genau, wenn die jetzt... Ohne, jetzt ist der Junge. Einfach mal, sorry, oder? Hey, ganz dummeh. Alter, schwarze Ritter ohne den Teil schaut so eklig aus, Mann. Ich hab die Schleife beim Schwarzen Ritter hinten hingetan. Ja, Schäfe, die... Pst. Welches Level seid ihr? Ja, keine Ahnung, Mann. Juli, geh nicht Backstein. Man... Ja, dann geh ich in Dester. Habt ihr Battle Pass? Wenn ich Glück hab, kriege ich ihn dann. Da ist ein... Oh, oh, Juli, welches nicht? Der Gegner kommt da... Komm, probieren wir uns Quickscout, Mann, Mann. Der schlägt auch nicht, der schlägt auch. Das sieht so komisch, das sieht so komisch jetzt aus. Ja, so glaubt er nicht. Wie findet ihr eigentlich die Dessert? Absolut geil. Einer sauen, Juli. Aber wir können irgendwie heute mal jeder, ich hobs nicht. Ich schwör... Ich hab... Juni, was ist da los? Juli, verschießt nicht deine Moon. Nee. Hab ihn hört. Juli, schießt nicht Moon von mir weg. Oh, die Gute. Hast du die Perle schon gehabt? Ja, ich hab die Deagle schon gehabt und der ist absolut geil. Ja, da ist einer. Ah, schau mal. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Der wird jetzt dann sein, wenn er fick ist, ist es nicht mehr. Ach, Mann, du Lappen, Alter. Ja, ich bin zu. Ja, ich bin zu. Ach, Mann, du Lappen, Alter. Ja, ich bin zu. Ja, ich bin zu. Ja, ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu zu, Mann. Komm, oder so, dann kommt der Lappen mit. Oh, leid, ich komm gleich wieder. Tim, zäun, 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 zäun. Warte, ja. Juli drückt schon mal Dreieck, wenn du hier bist, wenn er drin ist. Tim? Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Die Empfindlichkeit ist ein bisschen niedriger geworden, ne? Jetzt drückt doch einfach Dreieck, Mann. Was war denn? Ich bin zu 6. Ich bin zu 8. Nico, ist bei der Vika auch noch gekommen? Ach. Ist bei der Vika auch noch gekommen? Wie war denn? Ich? Ja. Bei der Victoria. Ja. Wann hat das? Hä? Wann hat das? Nein, ich meine, ob du... An meiner Gelände haben wir so einen Test gemacht, gell? Was ist ein Test? Ich wollte ihn da auch machen. Was ist so ein Test? Ja, der, wo wir doch das geschrieben haben und dann hat es die Antwort gegeben. Was? Wo wir doch hübschig... ...deh... 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 ...kommentiert haben und dann... ...weil doch, und dann haben wir doch die Antwort gegeben. Ey, das red' er mal gescheit, Mann. Was lauf' ich? Habe ich doch! Ja, egal, Junge, du bist einfach dumm. Hä, was hab' ich wo gehabt? Aber, ne, du lauf' es einfach nur Scheiße, Flo. Du... ...nur schlust mehr als was, was ich... Naaah... Oh, absolut! Oh, absolut! Gebt die, so far! Äh... Woh, da... ...deh gænger ybberreiseflie... Nej, der gænger nimmerhyde! Der gænger nimmerhyde! Gænger nimmerhyde! Gænger nimmerhyde! Gænger nimmerhyde! Hå, im Handy! Hå, im Handy! Går han egen, so er da vores, Mann. Hå, im Handy! Ja, der gænger nimmerhyde! Er du baganet? Ja, hab' ich Angst! Hå, im Handy! Hå, im Handy! Hå, im Handy! Man, ich mach' Double Pound machen! Aber das gænger nimmerhyde! Ich hätt' ja den ganzen Schuhen! Ja, flog! Hå, im Handy! will ich meine mom vor der zeiten juli frage ich habe sich zwar dabei aber auch nicht wohl ohne gebotsteiner natürlich kriege ein scheiß bogen oder ich finde es sei leise floh man ja geiler noch so ein fischkopf als du mal locker älter basteln für jeden was anderes scheiß aber man nicht sound irgendwas macht man nur im internet das kämpft ja ja nie kommen wir mal oder wer wurde die wagen wie zu verstanden Komm, es liegt so. Wo ist denn im Keller? ein keller was gewohnt genau der genau der hat mich ja schau juli ok zu drüben schon wieder nichts man kann bock auf den wenn er nichts labert und jetzt was laber ich nicht mal zwei kursinnen und kurs sind gerade neben mir ja und mit alter dann geht aus und red mit dann ich als gesag oder oder spiel solo aber im scheiß ja aber nämlich das ding wenn man team später wo man scheiß reden und nicht stumm sei kommt der kristallos wer ist da wo ist zu wenig um ist nur du musst du mal ich habe jetzt auf karte das ist die buster Richtung jackob und quotas nico gehen wir jetzt auf mehr monativer sich die busrichtung ich hab's von mir das weiß ich schon Juli komm mal jetzt zu mir das weiß ich schon absolut sein in der frühe um elte war ich da endlich gerade so geschaut ja oder warum hast du heute schon wieder Juli komm mal runter Juli komm mal runter Juli Juli hinter dir Flo der Scheiß hättest du das so laut du hast dein Mikrofon viel lauter als was wir hier gestillten haben ja doch warte ich mal noch Party-Einstellungen Grüezi Leute Grüezi Na Oh ja alles haben los ordnern ins Kleid in der Lobby Ich freue schon mal nur mit ähm, freue schon mal mit 75 in der Lobby Moin Es gibt da einen Bakt da sind nur da kannst du nur mit 8 Leuchten oder so erst im Bus also der ist mir nicht bekannt Ja Ja Der hat Räne schon mal Ich war wieder auf die Pizze Bitte kommt jetzt mal vorne Und Zwei Drei Ich Ich versuche Ja Ja Du brauchst das andere Mal 10 Juli hat erzählt Und es reicht mir Ja Es ist so Ja Es ist so Ja Es ist so Ja Es ist so Es ist so Ja 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 Moin Einen Haus Und drei Pumps Dinnen Jungs Ich mach's vor Äh, Vierer Pumps Ja, eine gibt's mir auch Oder, Fettzock Ich hab Ich hab Vier Ronshot Pumps Und eine halbautomatische Jakob Liko Schreibt mir übrigens mit C Da ist einer mit C Ja Komm her Flo Ja Juli warte ich post den einfach Ich glaube Diegel ist gern mit Der wird boomst Ey auf der Seite Hinter mir Ja 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 Ooooooh Die Diegel Ooooooh Zusammenlässe Bin der eigentlich erbaut? Ja Ooooooh Du nicht Du nicht Niko, da ist der Diegel Also wird das mal kein mächtiger Mann Juli alter Wo bist der du? Komm doch Ooooooh Lapper, der Diegel Bei Lappmüll Mein Gott Wie Lappmüll Schluck der bei mir ein scheiß heavy Ooooooh man Ich hab zwei Lappmüll Egal ob sie ein Team ist Ich bin nicht Meine Fresse Scheiß Mann Was Lappmüll Heißt Ich hab Ich hab Na ja Ich hab Na ja Salud Juli Ich bin Ich bin Level 8 Also wenn man da drin wo man da alle stehen ja auch tanzen kann Niko wenn ich mir zum battle post kraft bin ich dann also wenn ihr jetzt da so sagen wir mal so also in dem Solo battle post level 80er bin und ich kann mit dem battle post bin ich dann in dem battle post alle 80er Na Wenn du level 18 bist oder meinst du stufe 18 ja stufe 18 in dem solo battle pass ja dann bist du stufe 18 im battle pass aber ich habe Wir wollen zuerst level Nein Bei level was ist das an Alter diesmal geht Kornel die dassel weg ist Weil das so weit weg ist Schauke ich meine Elegane Das ist ja so schwer. Jakob, wenn du nur im Stream bist, spürst du überhaupt Fortnite? Welcher Jakob ist denn das? Ja, ich muss in der Glas. Was hat der mitgeschirmt? Ein Schwarzer Ritter. Bis jetzt. Eins, zwei... Der Schwarzer Ritter geht Backstein, Juli. Oh mein Gott, warum gehen wir noch so viele Leute hin? Komm da zu mir, Juli, komm zu mir, Juli, komm zu mir. Ja, drei, vier... Gib mir an Main, gib mir an Main. Mein Gott, das ist kein Main, Flo. Ja, das sagst du genau... Das sagst du genau so. Das ist nicht Main, Main ist das fette Walls in der Mitte. Die Art ist gar gekriegt, auch du! Ach komm! Ach komm, Mann! Ja, ja, was seid ihr, was du denn machen soll denn, Alter? Steht ja vor mir. Ach komm... Oh, Mann! Leise, Flo? Ja, stell dir vor mir zu... Sei leise, Mann! Ja, bei mir ist er... Ja. Bei mir ist er zu rauern. Ja, was immer. Passt doch. Oh, du, Jakob, schlimm. Alter Jakob, dream hoy! Warte, hier! Na, was ist das? Okay. Oh, was ist der eine hässliche Fresse? Nimm doch bitte die Finger aus dem Arzt und mach nicht auf dicke Eier und lass froh. ich hab drei zuschauer ich sag auch wenn du bloß und leise sein, dass ich die scheiß gegner hermache ja bei mir würde ich genauso dagegen waren das eigentlich jetzt alle? aber sie na na ja soll ich mich umbringen? ja ja man ist ja gerade so gedeckt ist dein Bruder auch mit einem Stock vorn? meine dein Bruder der Juli mein Bruder nahm mein Bruder ist daheim also you, mein größer Bruder sind daheim ja das ist schon wieder ein Geschwitzen in diesem Gang ist das ja nicht mehr normal ja 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 das ist schon wieder ein Geschwitzen in diesem Gang ist das ja nicht mehr normal Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß. Und das sieht man nicht, ha? Ach so! Was? Der hat ja immer Wollschot geholt! Was war denn das für ein Pack, Alter? Der hat in 121 der Hatcher geschluckt. Was? Rafe eure Kehren, aber der nicht. Was? Oh Mann, Alter. Wahrscheinlich, Alter. Ja, da hat der einfach ein Insta-Haddy gegeben. Ja, moin. Ich hab da noch ein Handy gegeben, aber irgendwie hat er den überlebt. Ja, aber du bist das nicht Insta-Down-Ganger mit 100 Books gegeben. Na ja. Ich hatte 175. Na, das ist 150. Nein, 175. Hä, Alter, der hat noch absolut 75 und 75. Ich hatte 75. Ah, ja, scheiße. Ah, ja. Scheiße. Ah, ja. Scheiße. Ah, ja. Ja, mein Kunde. Scheiße. Ich hab ja alles heute. Nein, nee, nee. Ich hab ja alles aufgelöst. Nein, ja. Ach, es ist gut und es ist gut. Ich hab ja alles aufgelöst. Jetzt machen wir einen Stream bis 21 Uhr. ich hab so lange wach bleiben naa aber ich mach es einfach ist das ein gegner oder was fliegt er ist das schon wieder alter wieder rausgegangen aber hätte sein mutter geflickt ok einer geht juli gemeinhaus seit wann ist seit wann ist da tankstelle alter wie geil und der tankstelle gerne euler gibt süßigkeiten anna oder habt ihr lust haben süßig gekürzt ich hab mal leise ja nein ja ok jetzt wird nicht auch bei mir woher werden den baum noch schon na das ist ein gegner naja ich muss mich treffen ich muss ein bisschen ich weiß was ich ober den hauswehr kommt zu mir kommt zu mir ich habe auch am ganzen ich finde schon eine da müssen wir die truhe blaues gopair juli bei dir sind welche gepasst warte ich komme jetzt ich gehe aus naja 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 ich habe die mini ja ja naja ja moin ist absolut so naja ja ich wollte ich wollte das scheiß vorenkelmacher na die typen sondern aber vor mir so einer poste extra ja einer speeg der linke linke hin der linke über champions personal ab da ich habe so absolut pauschen hoch oder so einer poste ich links der andere sogen ja schau wir gar nicht einer poste ich links ja ich habe ja schon die nahe gedruckt aber na ja gerne down kennst du das wenn es angezeigt wird dieser hitmarker aber ihr geld einfach ja 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 ich bin ja ich habe nur schutz ich bin ein Swiss, da ich schossen ich habe die Barrette, ich habe dich nicht gekonnt, ich habe eine Pistel Jetzt heißt es ja schon auf Instagram Fortnite-Streams 2018. Juli, da musst du immer, wenn der Fortnite-Stream vorbei ist, machen und posten. Online. Warum soll das nicht wahr? Ja, darfst du die auf Instagram wieder sehen? Ah! Ah! Die Fettsauer hat wieder den Stream hochgeladen, dem gehen wir erst mal klicken. Alter, ich wär mal so wie der Tanzverbot, da mach ich so Real-Life-Videos und meinen Einkaufbom. Nein, ich wär so wie der Axl95, kennst du den in Axl? Nein, weiß ich. Der ist voll gasgeil, der Typ, der ist voll gasgeil. Wie weiß er? Wenn er immer bei einer Nation aus seinem Bauch drauf klatscht. Also Raffi, und die Trunks drüben, also Raffi, du springst da runter und dann gibt's überall so Waffen verdäut und mit den Waffen musst du halt Gegner killen und das leben genau 100 Leute auf deiner Map und du kannst halt Erster werden, Dritter und so an Scheiß halt. Gott. Was? Welcher hat mich auch geküsst? Der Raffi Körn. Der Schlaue. Hm. Also der, also der Ding, der... Da geh'n ja schon wieder ganz Afrika hier. Oder ich schock's euch hier aus. Ich geh' doch nicht. Nee, ganz ehrlich. Ja, ist mir wurscht, ich geh' da oben hier in das Haus. Ich geh'... Weiß' mir jetzt abfuckt. Weiß' mich. Ich bin so weit weg. Ich bin ja einfach irgendwo gelangt, aber ne, weiß' nicht wo. Einfach irgendwo. Ja, schön, du bist bei der Landgut. Moin, in deinem Haus war's sogar los. Keine. Geilz-Ovi. Alter, wenn er laft den Snipe. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so geil. One shot? Ja. Oh, irgendwie. Oh, da ist man, ne? Welche Farbe hast du? Blau. Ich hab' jeder geradeausgüste. Uhhh. 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 Ich hab' mich immer auf. Ja, auf, Mann! Flurherz auf, jetzt auf! Ich hab' einen Ohrschuss, zwei Schussssonst. Da hat man gesagt, wie wir im vio oder sowas. Ah, jehle siehst du den einen, da, da sind's vor dir. Einer geht das Haus da hoch, den kann ich snipen. ich habe kein baumaterial, bitte f*** mich nicht, bitte f*** mich nicht ich habe wieder ein hit scamm aber ist ja wieder besser jaa, allaté, wallpé, ihr habt sie im Leben ich pushte jetzt kein baumaterial ich bin tot oh man ah die Grund, Alter, ganz ehrlich, ich halte es nicht mehr durch nö, die kommen zu mir heute ist nicht bei Dora, ganz ehrlich ach man, ich habe mir einen hier gestreckt, egal kleiner Lappen, also, so ein Lappen nö, wie zufah na, weiß ich nicht ok ch ie jetzt lache mich mal in die party an und nächste die nicht werde nächstes naja da kann man drüber reden julie kann er jetzt wieder mitspielen oder aber danach danke er nun wird er noch nicht wer tut Behinderung Storbring Blubar zu fett überlauern mit der Dauern bei der Schwer Notfall Ende der Herzen des Schals oder damit umgeblich ist auch noch mit dem Ort ja ich habe mich so unterschätzen für dich. Ja, dann ist dein Headset oder deine Kopfhörer oder was du hast. Oder du nuschelst einfach sowas sofort. Ja, dann löst es doch. Kann man auf YouTube eigentlich ein Clip, also beim Livestream ein Clip machen. Raffi, bist du bei der Sophia? Raffi, schau mal von mir. Raffael, schau zu. Zeig's Maul. Niko, du bist so ein Gesichtskrapfer. Was wüsstest du so, wenn du in deinem Haus? Raffi, dein Maul ist, es sind so viele Leute. Du kannst mich mal am Arsch kratzen. Alter, ich krasch deiner Mama am Arsch. Ja, leck Eier. Heiz's Maul. Schau, wer da drauf geiert. Ja, leck Eier. Ich f*** dein Leben. Leck Eier. Nein, nein, ich merk's schon, wir jetzt, wir werden keine, wir werden keine Brotons. Ich singe schon. Paschal, tschüss. Paschal, tschüss. Paschal, kann sich gleich wieder verpissen? Weil ich nicht mal Tim da drin ist. Ja, was wüsst du? Paschal. Was kann, Harbert Dere? Schleichte. Ne, kann ich nicht. Juli hauen raus. Junge Paschal. Paschal, was machst du hier? Nee, die Bimbelner, das will das nicht, weil sie so krank ist, dass sie stirbt. Nächste Woche will sie ins Krankenhaus und das meinte die erst, aber die spielt... Interessant. Ja, Flo. Ja, ich schaue Pascal, halt dein Maul, Mann. Und jetzt schleicht dich. Kommt, mein Partner meint, dass du bitt bist, ey. Ja. Zwei Heddy ist knockt, ohne knockt. Natürlich, ich brauche ein paar. Ich kann gar nicht ein Nahflüsse, aber mag ich auch nicht. Vorne. Ah, ja, einer pusht uns. Euter, ne, outer. Süßer Nomre, oder sie. Absolut PD-Waffen. Der pusht, ohne, damit's gar. Schleckt? Juli. Nego. Schön, schön gemacht, schönes Play. Hast du rausgeworfen, Juli? Ja, das sind Verbände. Gönn dir. Ich bräuchte Shotgun, hast du? Na? Ich hab sechs Schuss. Wie viel hast du? Ja. Haben. Junge. Ja, der nur mal schön durch den. Ja, hey, na zu nicht, Alter. Was willst du? Du kannst es bei der Eier legen, Alter. Das ist meine. Das ist meine. Alter, die Castor jetzt mal weg. Da, jetzt kannst du's haben, Nico. Alter, schau mal bitte ein bisschen was. Ja, Nico, du kannst mein Ohr schratzen, da. Das Spiel grad irgendwie voll geil gesicht mit Freud in Tränen, gesicht mit Freud in Tränen. Ja, das Spiel ist ja schmausig, gell. Ja, ich hab das gesagt. Ja, Raffi. Ist der mit der Schwester da raus? Was? Junge, bist du blöd? Der Kerl! Also der, Raffi. Ich muss der Maier draufhüste, gell. Ja. Oh, nechschön. Irgendwas mit Tränen. Ich fand das Spiel ja irgendwie voll geil. Raffi, dann kaufst du Playstation, gell. Und dann... Kaffst du heute kein iPad Pro, kaffst du eine Playstation. Kaffst eine Playstation Pro und kein iPad Pro. Ja, genau. Mit der green M4. Ja, blau M4. Mit der, der kommt da ausmachen, mit der, der kommt da Google. Ja, so, mit der, der konstant hat deine E-Mails abfangen auf dem Dinopark. Ja, das ist die E-Mail-Passcode, gell. Ja, das ist ein Passwort da. Ja, ja, das ist ein Passwort. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da vorne liegt Lood. bei dem haus da vorne laufe dann die kursik dann die glaubt die bauern das sind drei leute die scheine fahrt den scheißdreck der eine will uns posten oh mein gott die bauern besser wie gott persönlich Was meinst du, wer du bist? Geh nur her, Leute. Es sind da mir, Juli. Juli hinter mir. Komm her, bitte. Du hast so eine Nette geiert. Nein. Juli töte ihn. Du Bastard. Komm, Leute. Den ziehen wir da wieder rein drückt. Den ziehen wir da wieder kurz. Danke. Kannst du mir einladen, Juli? Sein Bastard, Alter. Da haben wir da schon beides Spiel, gell? Das ist nicht schwer. Wenn es dann wohl ist, dann kannst du das auch. Das ist genau wie der Mutter gerade. Dann schau dich zu dir. Nico weiß nicht mehr, was du jetzt auch? Ich bin da, äh, ich brauche nur 150 gp, äh, 120 gp, dann brauche ich nicht, Level 9. Komm gleich wieder. Ich bin gleich Level 9. Hä, Jakob, was hat der Nico jetzt gemacht? Puh, komm mal! Das stimmt, aber ich bin ein Schicksal. Warum muss er hier noch nicht so gut gemacht? Und ich bin ein Schicksal, oder tausend. Warum das? Warum das war der? Ich weiß ja, natschalte, selten, Alter. Hey, ne, natschalte. 's denn, Alter, unsere Hände? Du hast nicht so viel Zeit hier nicht. Ne, Alth materials. Du hast hier nicht, Jack Cook. Bap, 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 Bap. also im wohnheit aber auch wie das war halt schon lustig mit der belinda also schau also der belinda ja auch der schad absolut gepusht ausgleich ja und dann habe ich mit dem raffi so gered da hat belinda gefragt warum will sie die ganze zeit so anschauen da ist anna lena gekommen und hat gesagt ja julie da sagst du wenigstens mir ja auf jeden fall bin ich dann mit hinten gegangen und dann wollte ich anna lena sagen das habe ich anna lena gesagt die hat voll zum lachen angefangen und dann hat der raffi einfach im ganzen klassenzimmer rumblehrt ich bin wieder voll gespült mit raffi gell da tut das andere weiter ja auf und zu weiter ja und dann wir haben so eine alte brauche keine ahnung und julie bist du da klassen klauen oder floh hat schon mal ein bern gesehen daher bär ist wie komisch oder herr bär ist wie komisch bei mir in seinem band so warum weil ich da lang bin eigentlich nico du kannst sein und du kannst meinen ausgelassen warum ich glaube ich finde es nicht geil ich glaube ich werde eine pampus überdringst mir aufschreiben aber ich frage ihn aber der bär schon wieder mit freundin im gesicht ich hab so viel Heel, so vieles Heel hab ich noch nie gekonnt doch hab ich, weil ich der Gott bin und hier im Hauch ist... Alter, warum geht's noch hier? Leid, ich hab kein Wasser und bei mir kommt der gleiche Leise, sehr leise, ganz kurz noch, bitte Juli, komm mal her hör mal kurz auf zum Luton, komm her Luis, komm her, komm her, ich hab eine Waffe für dich Ja, aber vor mir ist der Gegner, der wo ein Floh fehlt Der Sau Da drin liegt der Waffe Da, rechts oben, rechts oben Ja, ich weiß, wo der ist, Alter Ja, komm her Ja, kommt her Da bin ich im Haus, da liegt einer drin Warte, warte, chill Ja, was willst du jetzt machen, was willst du jetzt genau machen Da ist oben Ich bin drin, hab die Pamp Ich bin tot, komm Wart ihr das mit dran habt Aber an die sich streckt Ja, das war er Ach Ne, da ist nur einer rum Was bünstern wir Hallo Da kommt nur einer Ah, schon, du Ja, und stecken Meine Fresse, Alter Töte sie in der Sonne drin Komm, Fretchen Komm, Fretchen Komm, Fretchen Komm, Luis Komm, Luis Warum hast du so lange gebraucht, warum Ja, ich wollte mich nach oben bauen Weil du umverlässst Warum schon jetzt drei Leute, was ist jetzt kaputt Lass den Ding bitte liegen Das Medica da Sonst war mir die Kürziger Alter, soll ich nicht passen Wahrscheinlich, wo ich bin Ja, du hast einen Kürziger Ja Hei, das ist trotzdem nicht gegangen Weil er fett ist Ich will dir sagen wir ihm, das an der Mutter, okay Ich verstehe nicht, wenn deine Mutter das erlaubt, oder? Ja, leise Ja, leise Ja, du fährst doch jetzt so Junge, ich schwör Ich lasse geil aus, wenn du nur mal sagst, sei leise Ja, Junge Geht da her 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 Niko, ich hab markiert, wollen wir da hin Ja, wahrscheinlich, ich geh gleich weg Was ist Juli? Du gehst mal, Entschuld Warum? Weil es mal ein Zeignis gibt Oh, Juli, bin so gespannter Fans Zeig mir das gar nur Motorradrenke Aber der Schmidt, also der Schmidt hat mir glaube ich auch ein Zeignis in 5er gehenden Mathe Von 6er In Mathe? Ja, weil ich ihn gefragt habe in Schmidt und er auch gesagt, weil ich habe nochmal nachgerechnet Ich hätt eigentlich, also ich war doch 5,4 steig Dann habe ich in Schmidt gefragt, aber wenn er 5 oder 6er hat und er auch gesagt, nach seine Berechnungen war er 5er Cool, wie sind wir 6er? Alter, hast du gefußt, dass Maria voll scheiße ist? Ja, natürlich, das war absolut krass Wann hat er? Also, ich weiß nicht, aber Irgendwann hat der Schmidt gesagt, ja, wenn's Also, Maria hat gar nichts gesagt, gar nichts Bloß der Zinn Und dann hat der Schmidt gesagt, Maria, geh mal mit raus Und dann hat er gesagt, ja, wenn's nochmal sowas macht, dann kriegst du deinen Verweis Und irgendwel was mit durchfallen und irgendwel so einen Schwan Ich weiß nicht, warum er weiß nicht direkt Ähm, warum willst du das? Weil's mal Maria voll scheiße hat Tim, äh, Louis, was machst du? Ja, hier ist alles, hier ist nix genug Ja schön, ich bin weitergelaufen Doch, ist so Okay, komm Alter, es war so heftig, dass Maria vorher Wir haben hier nur einen Verweis gekriegt Bestimmt, was gewillt geressen oder was geraucht Das ist schon, ich weiß schon Hm Die hat so lange in Maria gar nicht in den Stream und schaut Das sind zwei Schildtränke Hoffentlich kommt nicht einfach ein Team Nimm, trinkt meine Schläfe, wo ich da drauf hab Schau doch, wo ich bin, Depp Ja, trinkt den Schläfe oder Depp Stimmt, du wolltest, dass du die Sniper haben Ah ja, Flo, Goy, wir haben ja noch mehr durch Korn, Goy Ja, aber nicht, die wollen nicht Ja Und wir sind, also der Schild ist da ja rausgegangen Mit so einer Frau im Computerraum noch Und der war absolut lange weg, Goy Da ist der Linda gekommen Was macht ihr da für den Rabatt? Da ist einer, Nico Ihr habt jetzt keine Freistunde Nico, Nico, Nico Ähm Ja, was ist denn? Ähm, 285 bei der einen Fabrik ist einer Einmal morgen nachhucken Bei der, wo ich jetzt gleich bin Vor mir Vor mir Und der da Vor der Raffi, will ich da auch nachhucken? Raffi, musst du morgen nachhucken? Schhhhhh 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 Hey, wo ist denn der dann? Flo, der, der, der Jakob fragt, was irgendwie ein Problem mit der Angel ist Mit der Angel Ges house Ehm Und was, ich bin dran England Ah geil Weh denn da loih? Der Walm ist auch Oh Gott Raub wie der Walm ist auch noch. Haha, viel Spaß! Der Walm mit seinem gefakten Gucci-Pulli Dass du ihn schon wieder hieß? Oh der kann so wehren, dass der gefägt ist Da ist ein großer Schild dran, drinkt den mal Aber der Checky ist oben Ja, ich weiß nicht, was Checky ist Einer drüben, im Factory das ist jetzt kommt es schon wieder factory und rechts ganz genau drei aber zwei ausknockt einer ist der oma am dach es ist ein zweites schildes die sind jetzt ein kommen ich sehe gar nichts ich würde lieber weggehen da haben noch vier leute warte das was du ganz kam ja gell wie du hast du gesagt meine Alarm sofort klack warum sie so herz also eigentlich nicht mehr nicht mehr viel mehr, wenn nicht mehr wissen öhn schei was wird nico? na warte bleibt dahinter bam das nehmen wir mal in nikon so ein bisschen konzentrieren hier ist da mehrere formen mehrere teams dann alle ausgeschalten die hat vor mir darauf wird ja noch gar nicht und bei wem und vor mir schwarzer ritter das andere der andere baut sich hochkommt das maschine oder so was ja ja mehrere behaupten bis daheim waren warte da liegen zehn verbände kunst irgendwie mitnehmen und zwar schulden links 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 lauter lecker gott meiner war aber absolut knapp da kannst du nichts sagen aber lasst ihn jetzt da an der zone verrecken sohn ist schneller wie wir müssen brauche scheiß medik ist ja ich habe ich jump mit mir nico medik mit jump hat verwechselt davor ein ganz vorn tupft das stellt so eine bestehen alles klar links renner welche in die zone und am wasser ganz schlitz ja hallo ich erst mal quillensteiner dort mal rüber die heil erst wo waren die ganz hinten bei lud lag in der nähe da 36 330 er war so drauf oder sieht man wie viel zuschauer man hat unten links aber links oder zwei stück bei nw dann muss sogar auch drei hast du mir zu ich schau dir dazu löse erst mal so hat er die profanik braucht der buch hinnert egal was mit sohn und was mit sohn und löst links 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 der last ist ob ich keine mehr hitze ja 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 das war naja alles recht bei und das war weiter lassen wir kommen 47 wo schrägst du einander wer das tausend ist warte 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 und mit sehr komission ehrlich 31 die anderen zwar in der hiebe findet sie eigentlich die neue ding das ist kaputt die macht sich schaden auf den kopf oh mein gott naja der hat es gilt das wäre der wozeit auf der karte wo man immer nicht bekommen das ist belastend wenn man falsch angekommen oh mein gott das war so knapp gerade bin absolut alleine solo in sollte bewegt dich öfters nico ja ich weiß wie man spielt mit der du bist weiß man nix sagen wasche eine volle preise die anderen sind weitergelaufen oder was Der ohne war da so drauf, ja. Ja. Rechts spawnen auch, wenn er bei ist. Und rechts spawnen. Hä, wo ging er denn hin? Was? Der hielt sich voll. Die sind bei, die sind bei, die sind bei, die sind bei 345, 345. Wie viel Sniper hits hast du nur, also Schüsse? 10. In der Zone sind welche? Oh, der Hit. Oha, Headshot. Luis, bei, bei Ding, bei. Komm, jetzt. Oha. Rechts. Luis? Rechts. Bei mir vorne sind zwei Leute, Nico. Ich weiß, ich weiß, dass die laufen. Rechts sind auch noch welche, Luis. Vor mir läuft einer, Luis. Die laufen alle vor mir. Ich weiß, ich weiß, dass die laufen. Hit. Schön, Luis. Schön. Schön, Hit. Die rechts da leben keine mehr, oder? Weiter baut aber nur einer rechts. Oh Gott. Den Koma. So, du bist es. Schön, schön, Nico. Nimm die Scarfer, als du das magst. Oh, hau. Oh! Bleib stehen! Okay, aufhören. Warte, kein Sniper hültz. Da, rechts. Da, rechts. Da, rechts. Rechtslauf deine Bamboo. Links unten ist auch noch einer. Oh ja. Oh mein Gott, komm zu ihm, komm. Äh, was hat denn, Digga? Wie viel Sniper hast du? 6 auf 1. Ich hab 5. Gib mal, Nico, ein bisschen was. Ja. Ich hab's, äh, Tim, schon wieder so. Alter. Ich spielst du auf. Ja, Spaß. Ich hab's. 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 Ich hab du. Ich hab's. wir sind vor uns kommt ich gehe runter sie mir gerade schaute ich hatte nur zwei schilddrinkel zwei große einfach was er wirklich verfolgt er bleibt auf mich ja krass nico was du da brauchst du das abbauen ich habe das schadet Louis was ich habe das schadet die nein nicht hin digger bist du dumm so Louis geht jetzt so down auf zwei gehirte auf zwei gehirte Louis geier 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 auf sein team ist einer push dich schnachladung Anna push dich scheiße bei mir schaut auch jetzt die schotter macht absolut kein der mensch mehr gepasst stufenaufstieg stufe 13 gegner gegenstand wird aus und ich bin hier wettelischer stufe und ich bin da wird nein 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 die da nun komm du 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 noston du gen du myself du 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 der so du 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 Wie viele Zuschauer hast du? Zwei. Flo, ich glaube, am Wochenende knack ich die 30er Abonnenten mache. Machst du schon 30er Abonnenten? Vollgas. Du musst dann nicht mehr so... Du musst so quickscopes und alles zusammen schneiden, was du gemacht hast. Da musst du immer alles achten. Immer alles achten, was du ausgehst. Mann, da ist keiner. Vielleicht schaffen wir es mir jetzt auch. Mit Pulverschaf. Geil. Ja, Junge. Oh, der Betriebsnapper. Nico? Handelts welche oder nicht? Nein. Deine Mutter ohne dabei, oder? Nico? Ich habe eine leertaste. Jetzt hast du das Juli. Hat deine Mutter ohne dabei, oder? Man braucht auch keine dabei. Hä? Hast du vergessen? Hast du vergessen? Loll. Loll. Egal, liegt da irgendwo in einer Pamp oder sowas hin? Oder halt da liegen da einen Schubwünter. Kannst du von mir nicht haben gleich. Oder wüsst du von mir keine? Nein. Ja, von Flutter. Der konnte nimmer. Hab die, hab die Igel. Diegel. Diegel. Ja, diegel hat dann, Alter. Alter. Oh, der wohl nicht. Habt das Gertlein? Ja. Wir waren nur von uns. Alter, ganz ehrlich. Ich hab'n Bock mehr. Und wir haben ja, 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 wir haben ja. Warte noch eine. Hier noch nie. Wüsst. Oben. Als ob der jetzt so schnell gegangen hat, Juni, so ein Buster. Aber ich hab'n, Juni. Genau zwei Kugeln hat er für mir gebracht. Oh, ja. Komm mit. Dort drin hat er nicht. Komm mit. Oha. 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 Ich hab'n Schild dran, falls noch einer braucht. Luis, jetzt hab' ich ja auch ein Geschenk für dich. Mhm. Nur dann schauen, was du drin ist. Habt ihr noch einen Platz? Nein. So, Luis, bist du immer noch da? Hast du Internet frei, Luis? Hat er Mauten. Hä, wann, wann, wann fliegst du raus? So, wenn's so war, dann magst du noch mal wieder nehmatspielen. Ich frag' doch nur. Es ist ja auch nicht kaputt zum scheißen Spass, Alter. Wo ist was? Ja, genau. Du hast es hier auch, Juni. Ey, Leute, es gibt Tierorte in Fortnite. Was gibt's Tierorte? Tierorte? Tierorte, Leute. Fächer. Fächerz. Andere Fächer. Was soll ich mit denen machen? Ja, Leute, Fächer. Ist egal, ich wollte bitte. Oh, Jungs, kommt's mal her, kommt's mal her. Von, 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 von. Lass' dir den Fuchs. Lass' dir den Fuchs hin, Dig, ey. Ey, hau ihn raus, Juli. Ja, rechts um. Juli, hau ihn raus. Rechts um. Ja. Ey, Pascal, du Lappen. Pascal, du Lappen. Halt deine Fresse, Hohenson. Juli, du bist echt cool. Juli, du bist echt cool. Ja, du bist echt cool. Juli, du bist echt cool. Juli, du bist echt cool. Tuli, du bist echt cool, oder? Jungs, du bist echt cool. Nö? Wenn ihr mal nicht cool bin, Leid. Juli, kommst du mir? und leid noch mal so der fehlkeitsort fliegen hä wie ich hab euch alle büttel geschickt über handy oder was ja immer zu den grafen bei dem lama ist doch das metall lama da braucht es nicht hingehen da kannst du halt was haben ja die geld zum fuchs ich gehe auch zum fuchs nein, wir gehen zu den graben nein, zum fuchs bei dir ist ein stoddy drin die grabe schaut aber auch geil aus fehlschatzorte fehlschatz 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 da haben sie keinen da haben sie keinen da haben sie keinen bei uns ist ein fehlschatz im garten juli, alter ich seh den fuchs 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 der fuchs juli, alter und dann sind wir zum krebs aber die juli, hau die weg der krebs ist wieder ganz da unten bei dem motos hey, was gibt's noch da an dem fuchs keine ahnung, vielleicht lutscht man sein schwanz alter 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 mano alter 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 flügel schon geil aus nico das blaue da in den haus gehabt mir okay ganz sicher nicht da der konzern lecken da wissen wir alle am anfang zu geiern gar nicht aber absolut man immer wieder tut der flog schon wieder tot er hat nur noch ein hick schluckt einer braum auch die akka braum auch die akka kapital um zwei an anfang 130 gehit gehen und hat das nicht schloss bauer sucht frau das ist ein schloss bauern was da für uns mit kraften rumlaufen meine schwester super natural an diese figuren alter das ist ja bloß 20.000 euro also leid ich finde es gar nicht so witzig ich weiß was ich witzig find danke eurer schwanz ja nein ich könnte es früh abbauen weil ich schon unten bin dann denke mir bloß ich hol mein holz holzi holzi holz holz ist vielseitig holz ist anders da liegt mein ohrner verbannt um ja jacob ich hab all den schlägel in meiner hosen ich will die zone ist bei in der ecke jetzt seid einmal start da start jetzt bist du mal start jetzt wo du wieder irgendwas sagen dann bist du mit mir wieder start aber wenn du aber wenn du jetzt lupf zwei alle mein schwanz deine mom rumsteh das hat's mal vor mir san leid am grünen am grünen nico weiß nico danke dass du fokuss props gehen raus an dich hallo was hallo hallo halt deine fresse oh juli da ist noch jemand dran links äh louis rechts kommt der rechts da kommt der Dugend Eingang glaube ich auch da kommt der Dugend Eingang glaube ich auch neuder der drüstung julia finisht da wird er mit finischen der hund da kommt der Dugend Eingang aber ja es war wäre also den schwarzen der nico ein imp interdisciplinary die einen oder die Augen zu, benehmen wir ein Haar waren. Alter Flo, das ist unser Lied, das ist unser Lied. Das haben wir noch gehört, weil der Frau Kropf war das, gell? Weil der Kropf war das. Bei wen? Weil der Frau Kropf, glaube ich, haben wir es noch gehört. Haben wir dringeguckt hier in der Juli. Augen zu, benehmen wir ein Haar waren. Alter Flo, weißt du was, ich hab heute einen geilen Spruch erfunden, den hätt ich mir damals bringen, wenn wir bei der Frau Kropfen. Juli, komm her. Es fangt an zum Kropfen. Ich glaube, jetzt fang ich so zum Kropfen. Ja, jetzt fang ich so zum Ränger, Alter, genau so, jetzt fang ich so zum Kropfen. Hat der denn so was, nein? Nein. Hat der vorher noch Heel und Sniper Schuss, weil Sniper Schuss, ich hab ein Tegel. Ja, hab ich, Juli. Danke. Ähm, Sniper Schuss hier und Heel hier. Danke. Bitte mein bester Mann. Bester. Gangbanger. Bra, mach die AK. Bra, mach die AK. Bra, mach die AK. Ra, der kann doch nicht gut sein. Ja, Niko. Kann er wieder rumfüßen? Ah, der geil mit, er geil mit, er geil mit. Oh Mann. Das hat mehrere, Juli. Rückzug. Ich mach mit deinem Arme Rückzug, oder? Ohne Kontrolle, Juli. Ohne Kontrolle, Juli. Juli, verstecken? Juli, äh, Juli. Juli, irgendwie findest du das Garten? lustige spieler hast du eigentlich neunternet der fotzen julian muss vor links bei dir das ist ein team ist da ja wenn du dich da kommt du bist so schlecht oder bekommt du bist scheiße nico du bist die ganze zeit gepusht nico ja ich weiss schon juli alter der sein mann macht jetzt werbung für unseren black ops 3 kanal gell jetzt hast du nur noch ein zuschauer drei jahre zwanzig abonnenten das ist er selber mit seinem handy drei jahre zwanzig abonnenten da wollen wir wohl vorbeischauen dann kannst du gerne mitspielen im stream in der walmer wollte kommen hat er gesagt wo nach der kolle nach im stream rein ja probier mal wieder plüsen gleich ich lass dich lieber crazy ja auch lau lud leg mal wieder ja lass zittlen kumbaya mein old kumbaya lass zittlen taura na zwei gängern mitten zwei gängern hafen ich geh auf junge was für ich geh auf bra nach die acker bra nach die acker wo ist der niko wo ist der niko der nächste sex jetzt haben wir nicht zum link gegangen mir geht das mir geht das rechte floh links rechts da wo ich uns hinfliegt da 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 das ist meins verpiss dich ich geh schon wüsste ich der juli braucht platz also die linke genau juli du ohrschaum kumbaya malo na na schaust juli 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 du musst ja gar nicht durchschauen was für ein gabe ist das war nicht mehr das war nicht mehr schwarz ha 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 ich geh zum maul du fette du fette es war nicht schwarz ach so warum müsste er mit ohrenstirb sind in der schwarz ha ha fuß ein nexus 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 hat sich verabschiedet ja hat sich verabschiedet hat sich einfach verabschiedet hat sich einfach verabschiedet aber ich hab mir selbst gesagt gell nein ist einfach gegangen als damals hätte ich noch leben gell 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 freundin ne Pucki Pucki Gell joh ja ja sagt link aber flo, wenns fortnight 2018 gibt es kommt der juli fast gar nicht. also dann ja ich finde ein werden untergehen also irgen bloß gefunden weil man der Julian Link schickt hat ja ich habe gar nicht auf die diegel leid mit 37 schuss oder kommt immer wieder schluss nach weil er ist neidbar ja dann sei stolz flo ich bin so was von stolz das ist die laut schäfer richtig erstes also 8000 oder so ist es lauter oder das oder das ist das leute mal mit dem dreck jetzt sind wir uns gewaffnet oder m4 für mich leute ich muss nicht mal immer so sein leute das kümmer jetzt einmal jetzt überlebt einmal ja ich bin ja haben wir überleben aber floh ja ich habe kein loot was hast du nicht kein loot das kommt einmal mit der däpfung Ich muss jetzt mal erst ein bisschen abholen. Mein Arsch juckt! Alter, du Sau. Saubrei. Saubrei. Zwölf Stunden Stream, sag ich dir. Na ja, gell, Juni. Overpiss dich, Alter. Der kratzt gerade sein Arsch. Ja. Wenn er juckt, oder der juckt, ist fuck. Oh, ich habe eine Unterricht. Du musst Kills mit der Maschinenpistole machen. Wer juckt das jetzt? Deine Mutter. Oh, aber da weggekommen. Ja. Warte mal, ich frage mal, Herr Luz, seine Mutter, ob sie juckt, wie sie das im Film gesagt hat. Der hat gesagt, nein. Sie hat gesagt, Flo, der wird wieder noch mehr blasen. Ja. Na so, Mann. Wie schaut denn Luz, seine Mutter aus? Luz, wie schaut der Mutter aus? Ich glaube, der hat dich gefragt. Der hat dich gefragt, ja. Haha. Was sagt das nix, Juni? Schau dir so urheilig aus, oder? Haha. Okay. Hat der wäre jetzt etwas für mich? Ich brauche ja den Empür, weil ich habe eine Maschinenpistole. die und der band nur kurz werden kurz werden wir spielen noch mal ein Ding in äh Fortschritt spüren mal Landi Jungs, wie bin ich gestorben? Du hast dich verabschiedet Was hast du jetzt eigentlich gemacht, oder? Nein, kann man sich nicht spüren Oder was sagst du das jetzt? Ja, Moin, mein Arm Der Renix ist im Stream, weißt er das? Da können die auch nichts machen, wenn du dich verabschiedet hast Der hat Team Kuckuck im Ding Das wird der Oli sein Ja, Oli, servus, grüßte Der Renix Servus, grüßte Willi, komm miteinander Alter, jetzt ist da noch mal ein epischer Repetier Ich friss den Besen Die ist absolut heftig Bei mir Ja, bei mir Alter, Ju, ey, schau mir mal zu, Nico Na, was ja? Ja Und dann auch schau es mir zu Nein, schau nicht mehr zu Leute, habt ihr Raketen Achso, Nico, Nico Jetzt schau es mir mal zu Ja Ich habe jetzt kein Sturmgewehr mehr Jetzt habe ich nur noch eine Raketenwerfer Nico, schau mir mal zu Ja, mache Schau her, schau dir so Ja Okay, dann schau es dir so Mhm So, und jetzt gehen runter Nico, schau mal her Warte Nico, und jetzt schau es dir so Ja, Juli Also irgendwann Der Bro, der Sniper Der Bro hat einen lilanen Sniper, Juli Der Bro hat einen lilanen Sniper, Juli Ja, der Oli, ja, 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 ey Und einen blauen hab ich Niener blauen hab ich Hä, äh, Flo, äh Juli, hast du eine Rakete? Ja, jetzt auch für einen Streamer Mhhh, ja Bei mir ist der blaue, äh, Sniper, gell? Ich hab eine goldene Leute, ich hab keine Sturmgewehr mehr Jetzt hab ich nur noch einen Raketenwerfer Und die Ich hab lange keine Sturmgewehr mehr Ich hab bloß noch so ein So ein Pistel da, gell? Du hast bloß noch einen kleinen Schwanz Na... Niiii... Huick... Nение... La lily, am Samson Werぐ er nur ist Gö probability Wer geb' er macht, dann Ist der mit dem Dste? Hey, was für nicht? Wir machen... karaoke diese g&g ist Let me sleep gasоля nicht warum ich hab doch 130 auch so ja gut ich hab 42 dann passt das ja du hast du raketen juli manchmal freitag den zwölf stunden na na auf freitag komm ich kein zweiter bei dir bei mir vor da ist nicht mehr samstag hat er gesagt glaube er war es nur samstag 11 in der freie also mittag bis 11 in der wocht blumen wenn ich meine 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 Oh Mann, Leute! Was lag da? Nichts. Null. Boah, Alter, hängt dort Barz an meinen Kopfhörder. Ja. Das kommt nicht mehr schnell. Hey, ist aber schwarz, oder? Hey, vor uns, vor uns, Juli! Wo, mein Nigger? Da drinnen, in den Haus, da. Gut, jetzt gehen wir mit Diegel fahren, oder? Ich hoffe, du wirst gezürzt und dann gegeiert. Ich hab halt auch hin. Ja, einen 1 hab ich noch. Nein, er finischt. Bitte finischt, bitte finischt. Alter, schön, danke. Oh, Gott, ist gar. Ja, den hab ich gekillt, Juli. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Zwar leid. Ja, moin, hinter mir. Drei. Ja, er finischt nicht. Heal doch. Aber soll ich noch healen? Ja, du musst ja schießen. Ja, jetzt komm mal. Ich bin zwei, posse dich. Von links. Drei, Heinz. Geiler, 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 geiler. Der hat mich angefinischt. Ich leg. Ich leg. Ich leg. Ich leg. Ich leg. Oh, na, wo wart ihr jetzt? Von hinten. Aber du hast alle geholt. Ach, komm. Schön, Juli. Oh, ich geh jetzt auf. Ich muss einfach mal da dran sein. Oh, leg mich. Ja, ja, geh weiter. Komm, ich mach. Schön, Juli. Tschüss. Ich hab jetzt aufgehört zum Streamer, gell, Juli. Wo ist der Tim? Der ist auf. Der ist auf. Der ist auf. Der ist auf. Schlau, schau mal. Da, weh, geh. 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 Aber das sind keine echte Viecher, leider, Alter. Ich hätt's geil gefunden, wenn er dann so echte ist. Ja, Alter, hast du ja vorher dann so Krabben rumlaufen, Alter. Ja, Alter. Ich hätt mir das irgendwie geil vorgestellt. Also ich hab mir das vorgestellt, dass es echt so ist. Aber dass es dann so scheiße ist, dass er einfach nur so gebaute Sachen stellen. Passiert halt. Oder was ich geil finden würde, wenn er einen Loot-Lake oder so, so Krabben rumlaufen. So ein Strandwahn, der Krabben rumlaufen. Juli, ich hab jetzt wieder Insta. Was bist du schon erzählt? Und jetzt hältst du mir nur genauso schreißig auch wieder vor. Arschloch. Und? Wie viel Live-Zuschauer hast du jetzt? Null. Live-Zuschauer, Alter. Juli, du bist Fan. Wer ist denn das? Rien, nix. Wer ist das? Der Oliver. Lieber. Saut dir denn nur so? Wo du nicht noch? Nee. Lass uns mal ein Win Wind holen. Ja, also. Dann Guri-XP. Und ich selbst spüren. Nur lieber schwitzen jetzt genauso wie in der Runde, wo wir das mit ein Jumpettmacht gemacht haben. genau so schützen wir es ist dann wieder machen wir gegen krisen danach tötet und dann hat es gehört du hast die absolut es kommen zwei leute ich zwei leute 344 kommen vier jahre ich komme zu dir ja ne menge vergessen dass nur einer grammet oder bist du ich bin hier noch aber neben reichen den anderen haus ist 255 mikro das haus die kommt lassen wir uns doch auf der buch links ist geflogen ja schön ist schön der bild der dinge ist eine auf dem bogen ja auf der seite im spielplatz glaube ich ja bei mir wo wo außen bitte oh mein gott da ist nur einer nico ihr habt ein leben jungs julie hoppen weg der hat auch kein leben mehr der baut schon ich habe verbände digga warte ich brauch ich juli komme her ich habe drei stück ich gebe dir ich gebe dir drei stücke dann nämlich zwei haben wir gelockt ja der halt sich jetzt voll dann muss ich einmal zu euch links in den haus ja der hat links doch da hinter mir nico da du das dann alles oi 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 da liegt da oben liegt nur blau M4 und der Diegel ja die liegt da oben ja und ein wenig hier liegen ich will meine Limo ich will meine Limo brauchst du weiter Schuss? ich höre Diegel ich habe zwei Schuss von mir jetzt haben wir eine Frage lieber was ist denn vor der meinte Falle? das sieht man nicht blöd ist das die beiden das ist der Ort Kistenling in der scheiß Minigun und Verbände worden für scheiß Falle hast du Verbände? ja soll ich stecken? ähm wie warst du? ähm 3 3 ok höre her oh mein Gott ist schlecht ui lala jetzt hat es abkippt bei mir meine schlecht ist bei mir hallo war so wie ein Burger King hat mein Muffin hat mein Muffin gleich mitgenommen das leckst du bei mir was ist kaputt das lecker ist ja nico der Sandwich mecker zeigt unterne das lecker ne, lassen wir euch den tötet aus komm eine kommdrauch jaja ich brauch ja gesundheit es gewinnt sich schlechten mut haben wir schon mal nicht also das nicht Juli lass den mal weiter naja aber so viel prickel ist der jetzt auch nicht wir haben in zwei wochen fünf tage fünf berufe alter das ist absolut geil was gibt es da zum Beispiel alter ich schwöre da gibt es absolut keine Schnitzelsäumen Luis ich schwöre du musst dir die Schnitzelsäumen holen du kriegst einen Orgasmus jetzt weiß ich was ich mir schon mal nicht hole Schnitzelsäumen und Eiszee alter das haben wir immer every day gesucht mit dem Dorn Leute das wollen sie noch ok Juli hol ich mal auch ok wenn wir da hier fahren da im jahr äh juni glaub ich na fahrt ihr nicht huu da fahrt man in der Schiff na ihr fahrts nicht da fahrt man eigentlich an der 8.M hier Luis hm wir wären ja dieses Jahr mit euch gefahren aber unser Lehrer hat gesagt wir sind dieses Jahr aus dem Schneider das war für geil wenn wir mit euch gefahren haben das war echt geil wenn aber fünf tage von Flüge ist echt heftig so wie sie es gerne sind schau er juli durch du bist du ey aber der Tim der ist ja auch in der m aber der war trotzdem mit kommende zahl juli natürlich ja das kann aber nicht sein ja fragen heute jetzt haben wir scheiß antwort ja ja wieviel ja jetzt hab ich 25 Schuss für Schneider ja es wird doch wieder langer oder langt das nicht oder was doch doch aber digga du hast doch diegel ja diegel ich hab diegel ja wieviel hast du bitte ne 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 unten dann unten oder na auf den siehst du die da bei 80 auf dem Haus jetzt genau vor dir ja hab ich gesehen seh ich da rechts Niko der rote kopf da sind wir zwei Hits 1 out verschillt ja juli das ist ja nicht so uuuuui oida juli juli kommenter kommenter hä was glauberst du ich is grad gar nicht ich hab meinen Muffin schon lang gegessen ja warum hast du den ganzen geschmatzen aus dem schwanz im mund ja der von deiner mutter ja der von deiner mutter das war egal herr juli ich dachte ihr habt ihr schon gehabt fünf tage fünf berufe habe ja juli juli du bist ja dann m dann ruhig die native juli herrmann ist auch im gang nein da ist kein wieso denkt es jeder du hast es immer gesagt jetzt konstruktiert sagen wir nicht du hast die durch den juli ein aber nur ein team ich habe nur welche mit einer burst gehört ich weiß schon dass ich auch gehört dase der higi war meine base niko das kann sich nicht nur die Ska oder juli was willst du zu tun ich warte erlaub ich einfach einfach nur die Hilfe ich weiß wo die schießen ja muss heute nicht wieder ich muss ja nico zuschauen wie er pusht nico das ist so dumm was du machst bei mir bist er unsichtbar unter uns hat er aufbaut hast du nichts heute mal auf zeiten du fette sauf hätte julie hat gerade die lindern bis hier gehabt alle julie bei direkt und da kommen wir und nico genau geht direkt unter uns juli genau julianne läuft rechts bei gerätsch läuft richtung auch so von auch julie julie lauf den neuen hintereinander einmal nur die rüstung das letzte mal die leben also mit schützen war das dann doch nicht so was ja wieso wir wissen wir sind ja weit kommen aber dann ist jetzt mal richtig schwitzen ja war ja da muss schon mal ausgehen mit einer anderen veränderung her muss schon mal sagen ja da muss schon mal der skin wo ich jetzt habe mit dem schwarzen rücker ding her alles anders geht es nicht so schön was die pünste schwitze mhm das war die affe als nico ist nico welches level bist du überhaupt mhm ich bin gleich level 14 nico wieso schreist du hey julie mann ich werde saluter schaut echt geil aus mann ja jetzt wieder von thema ablenken den norm level hobby nach mhm er kriegt mit denen erst im battle pass gibt da kostenlos auf ich bin den kleinen operator waren in einem haus da kann der vierstunde wenn und dann waren es nur noch neun schaue ich habe 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 was willst du mit dem der schaut einmal wie wenig leiter drin hat haben in der lobby hey was ich habe es leiter netteren das küsion hey vielleicht kann ich nicht drin naa pliesen gehen wir über 500 tausend leid hier oder weil das die zweitgereiseste tot ist lasst du rittl naa wir gehen ja so easy oder ja gut dann lass wieder zyklen tauern wenn wir überhaupt zu weit kommen morgens willst du nicht so weit kommen dann musst du halt auch mal den Fallschirm ein bisschen freier ziehen naa ich meine nicht mit dem Fallschirm sondern auch nicht weiter ob ich bis nach Titten Tower komm oder ob ich wieder gfinished werd das heißt mit flowers ok sorry Model Alter und du wie und du wie ich brauche mir nimmst alle meister ratatatatatatatat ähm blauer Skil ähm normaler Ritter schwarzer Ritter astronauten skin mhm oh schwarzer Ritter astronauten skin no skin mhm unjulik bei mir geht bei mir geht wieder ohne nein wo ist joko waffe ja zum glück bin ich nicht weil ich weil ich weil ich langsam war Alter soll ich euch helfen ja der Fox ist jetzt war ich komm ich komm ich komm du hast du ne Waffe ja du da ist einer runter gesprungen er hat nix glaube ich du in der garage hast du ne zweite Waffe na liegt hier nirgendwo ne warte julia ist genau gerade aus dem hausrand links und das wo so schreck steht ja da komm du hilf da oh mein Gott vor recht hilf komm her komm komm guck aus der küste jungs es war leid geh weg bei mir ist nur einer ja zähl mich warte ja hinter mir und vor mir nico kurz nochmal deckung wo wo jetzt war leid ja da er findet einer danke dann dann links 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 der da alter nico schön 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 boah hil 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 warte 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 ist da noch einer komm ich sie korn mehr ja die brauche auch kürzen ich brauche auch kürzen juli ist 10 juli mich weg schätzen wollte aber bruder maus und tastatur rechtlich ganz einfach hast du maus und tastatur oder was ich spiel mit da außen irgendwo sorry da außen irgendwo verbände da komm her hier ich habe ein medikit ich habe ein medikit juli komm her ich habe ein medikit habt ihr nur noch eins nein ich habe nur eins jetzt habe ich nicht einmal ein pump gern hab ich dir gerade deine weggenommen mit juli juli komm her ich droppe dir hier auch raketen ne hab keine juli wir haben die Welt für schön geschickt Prozent ja ja ich bin nur mit jetzt oder bei mir ist alles was in diesem haus da oben schauen welchen bei dem bei endro da oben auf dem berg ja da bin ich landet glas titel noch los geht dann weiß ich war sie wieder beinahe gewinnt nico oben haus zwei leid jetzt schnitt ohne zeit für mich zu bauen bedauern sie wollen geiern zwar eine piste war eine piste die waffe ist so gut geworden ich war bei gott diese direkt von sie beleben team hat einer post durch lust sie durch die durch juli musst du jetzt holen ja ich bleibe ich ja schön aber es wird sie durch heute bei mir natürlich kommt von rechts hier hinter dem nein 13 mein gott wahrscheinlich hatte den geschluckt oder er hat sich selbst in den luft gesprengt nico das war nicht der gegner so also ganz ja ja ich will doch genau schon nämlich nimmern nummer das kacke es war das mal immer oder heute in dem agen ja das habe ich dann auch gut das habe ich gleich lande bei verschiedenen orten match abschlüsse ich habe 25 von dem ich brauche nur noch lande bei verschiedenen orten mit namen match abschlüsse breit noch und erreiche der level 25 der season und ich bin da befreit ich bin auch so sechs machst du so schnell julie kriege er es nächste mal ein raketenwerfer ja den minimale mit dem bringt Möse an die Nusserbung die Aussicht also das Spiel übel flüssiger zu essen so was solltet oder wollen wir mal hier rein ja auch nicht mehr an was nicht doch alle in einen großen Haus rein ist so ein Gruß im Haus ich will auch ein Gruß im Haus im L-Häuser oder bei Big Ben Hündner woanders gehe ich nicht hin L-Häuser weil der schwarze Liter mit L-Häuser sind direkt ach okay jetzt sind die L-Häuser die wo von L-Häuser sind da bist du immer noch Juli da kommt einer her Juli da muss ich meine Zeiten schon einhalten dann kommen wir zwei her ich habe einen grünen Revolver na gut ist der Lüge los so ich dachte den Gegner oh ja auch Kaffee du bist du Alter Scheiße 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 da sprengt alles in Luft oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott du hast Spank da das geht doch ab ja Nico Alter abstaubt aber ist egal ist egal komm wir müssen jetzt Juli einer ist bei dir noch ja wo Juli ich habe einen 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 wo ist der andere hier oben oben kommt mit könnt ihr bauen naja ja ich habe einen Konellweiler kommt 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 wo ist ganz oben direkt da am Fenster ja kannst du aber hochbauen ich sehe ihn die haben Schottkern und so glaube ich ich habe nur einen grünen Revolver ob sie Rocket Moon der ist runter der ist runter bei mir leckt hat absolut ganz unten da vorne Läufer ist im Garage da liegt der Schottkern komm die sind da raus da rennt er ja Nico da unter dem Basketballplatz ich habe nur Armbrust ein Tür drin komm mach Tür auf mach Tür auf Jungs hinter mir bitte Jungs bitte er will geilen Juli danke hast du alle? oh mein Gott Juli danke 그� bedrohend aber das ist sogar ne Nimmte nämter mus achieved muss man ja erst muss man irgendwas box nimmt die mini kann keiner keiner dass sie mal rechts raus und dann richtung die richtung davon wohnt im haus glaube ich oder irgendwo habe ich gerade rechts 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 auf jeden fall da links in haus der kraft waffen wechselt hatte da hier ist gar nichts blutet das kommt kommt schnell schnell nico ich kann schon nun war noch kalt danke schön das ist ja nicht so schlecht so was macht mir nur da wird er da unten renner seiner straße wo wurde mit boden tot unten direkt unten juli ja das ist schön schön nico so geschickt gestreckt perfekt nico einer ist ja nur glaube ich ja direkt und nicht ganz hinten schießt auch noch einer mit bogen oh mein gott er ist ja so ein herzliches jungs du bist untergeflogen jungs er will gar nicht da er baut sich hoch er baut sich hoch den tauschen lassen mich ins haus durch deckung obachter recht ist eine volle drin ob es über uns ja da muss er erst einer volle ich habe die verbände oder medikator noch knackiger also ich habe gar keine verbände ich habe auf jeden fall zwei nieder gestreckt da ist dort mit an deine verbände ja komm jetzt die hälfte das über uns herunter glaube ich als den das ist eine zahlen deswegen das ist seine deswegen meint hat er tanzt ich habe einen eliminiert oh mein gott vor mir kommt ja bitte wo bist du nico ja da geh aber wieder raus nico ganz ehrlich wenn ich bin ich bin wenn ich bin rein alles wunde der tristung 100 ich habe doch gerade schießen gehört schießen gehört ich habe nur zwei medikationen das ist eigentlich voll verschwendung oder jetzt medikationen einfach warte ich da ist noch eine lila eine shotgun und ich hoffe ihm noch ein mini schild für dich hier bei mir, ja da unten da unten ich gönne mir die noch ach mann oben liegt nur medikationen er sagt er ist slow alter erst mal 100 rüstungen abgezogen und dann noch 70 leben oder so ich lege oben nimmst du dir die bug ja das war schon wieder so geile runden bis ich wieder verreckt bin komm her nicht auf die mini schillis mit warte kann ich jetzt bin voll wir haben insgesamt so insgesamt ja ja ich habe ich auch immer absolut drum bei mir wenn ich wenn ich es drückt dann wird bei mir oben drei kiss anzeigt aber rechts bei mir steht fünf also absolut wachst du schon ich kann das mal mein haus aufs dach kurz das wissen darum da habe ich eingekillt da habe ich eingekillt ja nimm du mal die fallen weil die von links und das große haus das große haus backsteine backsteine groß warte chill nimm die fall war nur eine ok wo sind die wo genau waren die direkt vor dir backsteine da kommt noch ein team was braucht ihr da weg nico hast du es runter geschossen komm zum jump head dann lass ohne wir gewerten lockern ist gerade dieser teddy bärne hallo ibs ich habe noch mein jump head ach so du lootest oder was als ob du lootest ja er lootet unten an der straße ich habe noch mein jump head juli war da jetzt einer ich habe einen nico zu nico bei mir haben da unten liegt da kann man looten oh mein gott wahrscheinlich da bin ich wir wippen mal die zone ist immer absel schnell jetzt alter nico wie viele raketen hast du ich habe vier ich habe 21 auch mal ein bisschen muss ja ich habe das gehabt da kommt jetzt gleich oder der bekommt unsere da er hat mir zwei dante scheiße dante lös was ist los mit dir ich habe eine ganze rüstung abgezogen das reicht leute ich geh auf warum hab kein bock mehr aber level 14 also viel sparen noch tschüss 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 erstmal muss ich noch gucken wie viel live zu schauen juli hat bei mir wird absolut elf stück angezeigt wenn der elft also tschüss immer drei juli tschau ich soll jetzt meinen stream beenden